Moin Moin hier beim nächsten bei meinem nächsten Malzplay heute hier wieder Silent Valley muss hier ein bisschen grubbern, sehen und rechnen, hoffentlich ist alles dabei, hoffentlich schaffen wir auch alles und ja wenn ich mal anfangen habe ich hier einen geilen Matrono geladen, ich finde den wirklich cool, der ein 1050er Fendt und ja mit dem 12 Meter Gruppe natürlich also ich finde Fendt hier gut gemacht, klar, man hat nicht so viel bei IC was das ist, keine Ahnung, das ist natürlich die Tür aufmachen und Tür wieder zu machen, das sind die gleiche Spiegel, die sind geil hinten, hinten kann man auch Fenster aufmachen, kann man hier die Dinger ausklappen dann sind die Seite das gleiche und das gleiche für die Links also Signal auf und zu machen, und dann kann man keine Ahnung was machen, kann man das scheiße, man kann es nicht verstellen aber naja dann real kurz Sinn ich werde es weiter machen, das sollte ich ausstellen wieder einmal so nein nein so irgendwie wollte ich fliegen, habe ich auch keinen Bock mehr dazu ich koppel jetzt einfach ich koppel jetzt schon mal ich koppel jetzt mal ich koppel jetzt mal das ist nicht geil sie sich mal rein wieder wackelt hier und wegen der geloffen weil auf den furchten auch was will denn der ist nur kurz auf dem desktop sorry da das jetzt die klasse die games und ist ein bisschen lauter die wenn sie 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 ich was hast du recht er ist so drinnen wie dein raum jahrs 75 um betreten 75 und löschen auf 65 gute idee dass man hier einen raum machen das gibt uns auch wenn ich immer mit den anderen haben wir überhaupt noch andere youtube schäfer nö die sind alle weg ich habe gerade neue unter meinen gemacht ich mache gerade eine ls aufnahme wie ich vorhin glaube schon mal erwähnt hatte ich habe gesagt ich mache eine aufnahme das ist wieder schon ein bisschen sache oder nicht das ist das pflicht jetzt zu sagen das würde die mucke aus sonst weil ich wenn ich irgendwelche mucke im hindergrund habe da wird das haupti also lehrt youtube sind es auch nicht mit hoch nein weil ich habe das ist so wie i love radio achso naja nee trotzdem lass es lieber sein sonst habe ich kein ton auf meinem youtube auf dem video halte ich schon bei baus oder so ich kann nicht beruhigen ich hatte es noch nicht mehr auf meinem pc seitdem ich gestern mein pc noch auf was war mit dem pc was war mit dem pc was war mit dem pc ich habe doch alles innen drin neu ja du hast mir doch gestern die rechte wieder neu gegeben ja warum weil ich doch mein pc ich habe mainboard und motherboard alles neu gekriegt ja ja weil ich das gehäuse wagen wollte aber ich wollte das innere das war für mich zu schwach ok weil wenn ich jetzt anfange mit photoshop so ne sache äh wird mir das Teil zu schwach das Teil ok nein auch es war mit dem zwar in en ja ist ich ja sorry game ist er bekackt ich verstehe nicht warum ich verstehe nicht wieso ich glaube ich muss nur werfen und treffen noch drauf machen nachher aus scheiße ich habe ganz dach klar ich habe keinem laptop in die schule dingeln denge nur auf dem laptop rum aber trotzdem es ist kacke für die weg der scheiß hauptschul projekt prüfung ja 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 warum du genauso natürlich okay ich weiß sagen was er mir vorhin zugesagt hat was er jetzt ist er zuständig für die rechte und so alles mögliche und das annehmen und er ist zuständig für die räume sieht man was aus die außenräumen gemacht hat ja guck dir mal mein raum jetzt an wie mein raum jetzt aussieht werden das gemacht oder wer hat das gemacht deine keine ahnung du fragst mich was coli puedel ja und bis 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 ja hier sieht man die ganze Map nicht besonders groß aber mir reicht es aus was das bedeutet viel zu viel wenn ich keine kippen habe kann mich gerade bei 34 stück am dach ja komm du scheiß helfer fliegen wir ein bisschen schneller ich habe jetzt gerade als programm wieder gezogen ok die Wege ist jetzt mal wieder gezogen jetzt probiere ich mal wieder Interess zu machen ok hoffen das klappt ne ich hätte ja erstmal ein Flugzeug klappen müssen wäre aber ganz trafsam gewesen oder ich zocke jetzt gerade mit maximal 30 frames weil ich so eingestellt habe 30 frames ist das ich hab's nicht höher eingestellt wie explizit ja mit OBS kommen nicht so klar ich benutze jetzt schon gar nicht mehr was nimmst du jetzt ich habe jetzt ich benutze weiter meine Webseite Deine Webseite Webseite Achso was denn das vom Programm vom Okay. Ich muss mal meine Arbeiter neu setzen, ich muss meine alten... ...los werden, die alten Arbeiter, ja. Das Arbeiter müsste jetzt besser sein. Was willst du umstellen, frag mal so. Sag's mir einfach. Icons? Nein, du stellst den Scheißdreck um die Icons. Ach so. Hast du gesehen? Hm. Alles kannst du machen. Hey, äh, ihr Drogenlabor ist falsch. Okay. 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 Ich muss doch wieder den nehmen. Upsala. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Gott. Nicht wundern, Leute, das ist, wenn es leckt, dass ich habe, ich zock mit dem Laptop. Nicht wundern, bitte. Nicht wundern, bitte. Nicht wundern, bitte. Nichts. Keine schlimme Kommentare, deswegen schreiben oder desgleichen. ich kann nicht dafür. Ich kann nicht dafür. Ich habe gesagt, ihr soll keine Channel erstellen. Was will der aus unserer Schuld, wenn er die Channel löscht? Ja, warum? Glaub ich schon. Schau mal mein Icons. Pfff. Pfff. Passt doch zu mir, oder? Ja. Toll. Über 400 Euro minus. Toll. Schau mal dein Raum an. Oh, mach die Tittenbonusvendel raus, Junge. Das bleibt nicht so. Das habe ich extra nur gemacht, äh, äh, hier für, Jenny oder was. Hey, los, ein bisschen Spaß, verstehst du doch auch. Ja, ich bin nicht so wie Eric. Nee, er ist nicht so wie ich bin. Na, mach was du wollte. Ich ändere mein, ich ändere mein eigenes Bier. Hey, das sieht so viel besser aus, gerade. Boah. Wo wieso hat Eric und Leon zusammen einen Raum? Hm, keine Ahnung, um Channel zu sparen, wahrscheinlich. Alter. Ich hab einer von den alten, 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 alten. Okay. Kostet das auch gar nicht? Nee. Wow, ich hatte 150 Slots, aber ich hatte auch 200 Slots TS. Ja, und das ist glaube ich mein S1, wenn man hier ist. Wir haben hier nur 30 Slots. Wie viele Channel? Das ist glaube ich wie viele Channel wir haben. Ich kann nicht zählen, bin im Game. Weil 90 Channel sagen wir. Okay. Das ist auch ein bisschen, wir haben 15 Slots. Ja. Ja, ich bin kurz weg, ich muss kurz mit Eric reden. Ich bin schon einmal mit dem Distanz. Ja, ich bin kurz weg. Ja. Ich bin kurz weg. 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 Da habe ich den Boden. Mein König ist ganz schön. Und jetzt ist mit dem Tod. ich sehe nichts ja das war schon vor weihnachten diese show wir kriegen 128 zwei oder drei plätze als als die erste voll ist dass die wix und drauf kommen ja aber das wird so von jonas hat es erstellt Ich bin noch fünf Monate Alter, dann bin ich siebzehn. Oh. Du bist gut vorträglich, ne? Naja. Ich bin auch noch das älteste Zerberteam. Ehring ist 15, ne? Ja. Leo ist? Keine Ahnung, du bist 14. Du bist 15. Ja. Ihr Jonas? Weiß ich nicht. Der ist 15. Also wie der älteste Zerberteam? Naja. Du sollst nicht gucken, wie das jetzt gerade belohnt wird. Jetzt habe ich einschmerzt. In der Runde alle ist 15, Alter. Hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. Äh, wie kommst du hier denn hoch? Nimm mal da, hab ich den gerufen. Ja, und wer? Ähm, warte. Monster Erik. Hallo. Hallo. Ich bin der RDYE. Und... Ja, ich mach selber YouTube. Ähm, Link in der Videobesch... Nee, Spaß. So, Link in der Videobesch... Schreib. Ich nehm den, ähm, meinen Betrug in mein Dosenlabor, okay? Naja. Ja. Ach, endlich. Ja. Na, das schönste sehen, warum er mal ein Minus ist. Ach, wenn wir mal Erfahrung. Und schaltet erfolgefrei. Ja. 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 Da hat er wohl Rost verloren. Witzig. Wo? Ich mach weiter. Ja. Vielen Dank. Ey, ich knall die Bäume weg. Sag mal, ich bin nicht schneller als der Helfer, ey. Und der hängt auch schon einen Baum fest. Kein Wunder. Oh! Ja, hängt den Baum fest in der Glimmerwelle. Ja, warum nicht? Ja, freilich. Azubis, Azubis, also ehrlich. Anstatt was man verscheidt zu sagen, hören wir die immer weiter, ey. Anstatt was man. Anstatt was man. Ich komme auch gerade an, ich schlafe, du Idiot. Mensch! Ah! Das war's für heute. 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 I love this song. Das war's für heute. Das war's für heute. Pewp, pewp. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.